Wir sind hier über Beratung, über Mitwirkung in Gremien, um eben so aus der Informatik, wie sie sich technisch entwickelt hat, das Beste zu machen. Die Gesellschaft der Informatik sagt sich von jeder schon in dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Soziale Verantwortung, das sind Themen, mit denen sich die GI schon früh beschäftigt hat. Auch die Vielfalt der Menschen, die sie in der Informatik bewegen. Die Rolle der Frau in der Informatik, das sind Themen, die GI schon früh beleuchtet hat, die heute aber wichtiger denn je sind. Und die GI, denke ich, noch stärker, als bisher auch nach außen kommunizieren soll. Gerade die Außenkommunikation, denke ich, ist hier durchaus noch ausbaufällig. Denn was ist passiert, die Rolle der Informatik hat sich in den letzten 20 Jahren fundamental verändert. Jeder spricht über Informatik, aber Ergebnis meint jeder auch, er versteht, was Informatik ist. Und wie wir alle wissen, dass das nicht immer darauf halten. Da spielt eine Fachgesellschaft wie die GI eine ganz zentrale Rolle. Aber warum ist dieses Thema? Vielen Dank.